steht. Und der Baum da drüben ist einfach nur scheiße. Ach ne, gar nicht, der grenzt nicht an, also ist er nicht scheiße. Baum, ich mag nicht. Also, wieder mal rein in die gute Stube und alles abladen. Moment, das laden wir da ab. Das kommt da hin und das kommt hier neben. Zack und zack und nein, und zack und bumm. Und so. Ja, was machen wir denn noch? Den Stein können wir ja auch hier rein machen. Und Obsidian, das ist ja ein bisschen ja, ne. Das kommt dann da rein. Ein bisschen mehr Kobbel könnten wir gebrauchen. Ach ne, den behalten wir lieber mal, falls wir uns in der Hölle dann irgendwo hochbauen müssen. Das Holz behalten wir auch mal. Und unser Flintstone. Wo haben wir denn? Da, Feierstein. Und dann klauen wir uns hier draußen noch ein bisschen Eisenbar an. Oh nein, ja genau. Und dann machen wir uns aus dem Feierstein ein Feierzeug. Oh. So. Ja. Das hätten wir dann auch und haben wir noch irgendwas, was wir nicht brauchen. Wir können ja hier mal ein bisschen Schiegel machen. Zack. Ne. Und schack. Und dann. Ja. Nun ja. Machen wir uns gleich mal wieder ein bisschen Dingsten. So. Das auch da rein. Und dann. Ja, das können wir ja alles behalten und save uns da. Da müssen wir nicht so weit drinnen, falls wir wieder mal was vergessen haben. nochmal hier reingucken. Komm, schärfen wir nochmal die Schafe, bevor wir weggehen. Dann können die wieder schön wachsen. Und wir füttern die Schweine, bevor wir weggehen. Dann können die wieder schön bumsen. Und, äh, wo haben wir es denn? Ach ja, da oben. Okay. Und dann machen wir uns gleich noch ein bisschen fackeln. Da wollen wir ja gar nicht lange fackeln. So, Schafe. Ihr werdet geschert. Ja. Ja, du willst auch geschert werden. Das ist mir klar. Geschoren heißt es ja. Geschert. Zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack. Haben wir ein weißes Schafzimmer? Ich hab da schon drei geschert. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Warum haben wir hier acht Schafe? Oh mein Gott, wir haben ein weißes Schaf zu viel. Los, fress mal. Naja, vielleicht frisst ja in der Zeit ein weißes Schaf. Und da hat ein weißes Schaf gefressen. Nochmal nachzählen. Das war auch kein... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Moment. Fick dich! Und fick dich nochmal. So. Die scheren wir gleich nochmal. Schweine! Schweine? Schweinchens? Ah, okay. Da war jetzt Minecraft gerade irgendwie ein bisschen buggy. Und ihr beiden dürft natürlich auch noch. Ja, da guckst du, ne? Ach, geht doch, Kacken. Ich will lieber Schafe scheren. Nein, nein, nein. Hier, so. Haben. Und da hat schon wieder irgendwas gefressen. Irgendwer oder irgendwas. Wir könnten uns ja mal hier reinstellen, eine Folge lang, und nur Schafe scheren. Schafe scheren, eins nach dem anderen. Und ja. Das wäre ja super spannend. Und das hätten wir dann auch. Dann bringen wir das hier... Ach, nee, okay. Ich dachte, die wären schon wieder gewachsen. Dann bringen wir das hier wieder weg. Zack. Und... Zack. Und... Zack, zack. Zack, zack. Zicke, zacke, Hühnerkacke. Da unser Cannabis-Busch. Und wir laufen. Und wir laufen zurück. Warum ist die Tür denn jetzt eigentlich andersrum? Stimmt ja. Apropos Tür. Wir wollten ja die Tür hier mitnehmen. Und uns noch eine Tür machen. Momentchen mal, das interessiert mich jetzt irgendwie. War die nicht früher mal andersrum? Warte. Ja, die war ja irgendwie mal so rum, ne? Warum das nicht? Öh. Krank. Jetzt ist da auch ein Scharnier. Hm, sind halt Türen. Muss man nicht verstehen. Was wollte ich jetzt nochmal machen? Genau, ich wollte mir die Tür machen. Türchen. Und... Wupp dich. Dann rennen wir jetzt wieder rüber. Und jetzt bleiben wir auch drüben. Hoffe ich. Denke ich, hoffe ich, mache ich. Kenne ich nicht, mache ich nicht, tue ich nicht, will ich nicht. Und Hi-Hepf. So, Servia mal wieder. Boing. Und dann packen wir hier alles rein, was wir nicht brauchen. Ein bisschen Koppel können wir ja behalten. Ich denke mal, das hier werden wir nicht brauchen. Ich weiß gar nicht, womit man Dingensbummens abbaut. Was ist denn? Steinspitzhacke. Das da. Ein Schwert können wir ja mal gebrauchen. Eine Eisenspitzhacke brauchen wir ja total. Und die Diamantspitzhacke lassen wir auch hier. Den Knochen können wir auch hier lassen. Das auch. Und davon nehmen wir uns mal drei mit. Und wir gehen hier hin und zünden an. Oh, geil. Ein Portal. Hi. Muff. Muff. So, Türen vor. Ich komme nicht rein. So, guckt euch nochmal schön um. Moment, ich hole mir noch was zu futtern. Ein so ein Dingern und einen Apfel. Ach, da draußen. Ne. Einen Apfel. Und ein so ein Dingern. Da müssen wir ja nicht jetzt schon unser Zeug verschwenden. Und jetzt, guten Appetit. So, und. Rein damit. Unser Schwert brauchen wir. Bum. Jetzt sind wir abgenibbelt. Das wäre ja mal geil. Und. Es ruckelt. Hallo. Und es ist jemand da. Auch schön. Da oben stehen Schweinemänner. Mal wieder in der Luft. Mache ich auch immer so. Oder auch nicht. Und wir. Gehen, würde ich sagen. Mal hier hoch. Wir müssen ja nichts abreißen. Die Pilze können wir ja mal mitnehmen. Und dann. Gucken wir mal, was ist hier hinten so gut. Ich glaube aber, ich renne jetzt mal nicht hier durch. Also darunter will ich auch nicht springen. Das wäre nicht so nett. Und dann. Ja. Ne, das. Das kann auch nicht sein. Das kann ja jetzt nicht sein. Jetzt sag nicht, dass das eine Festung ist. Scheiß die Wand an. Geile Scheiße. Hilfe. Was war das? Ach, das waren nur diese Schweinemänner. Ich habe ein Steinschwert. Mein Teil ist länger. Ja, okay. Ja, okay. Nur wie wollen wir jetzt hier runterkommen? Ach du Kacke. Ein Lavaschleim. Ja, genau. Spring einmal in die Lava. Bin ich auch mit einverstanden. Wie wollen wir jetzt da runterkommen? Ja, okay. Ich würde sagen, wir gehen erstmal in die andere Richtung. Da gehen wir später mal runter, wenn wir mehr Zeit haben. Nein, ich kämpfe jetzt nicht mit dir. Darauf habe ich nämlich gerade keine Lust. Was macht der denn noch hier? Hm. Ja, ich glaube wir. Ja, das wurde noch hier. Bis dann. Ja, okay.